Im Tantra würde man wahrscheinlich sagen, Sexualität ist das Natürlichste der Welt. Damit hat man ja irgendwie auch recht, wenn man sagt, dass Menschen sich sexuell begehren, gegenseitig Lust auf mehr haben. Man redet ja auch von diesem natürlich angeborenen Trieb, wäre ja das Natürlichste der Welt. Und warum das aber nicht so ist, werde ich euch heute in diesem Video verraten. Ich bin Katrin Ismaier, Sexualcoach und Tantralehrerin, Sexlogical Bodyworkerin und gerade in Ausbildung zur Sexologin. Und in unserem neuen Ausbildungsgang haben wir gelernt, dass Sexualität nicht natürlich ist, weil Sexualität lernbar ist. Also wir lernen alle Sexualität. Und das ist doch mal richtig spannend, oder? Wenn du mehr wissen willst, bleibst du jetzt gleich dran. Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, wer ich bin, wie ich arbeite. Und zwar ist mir Tantra ein wahnsinnig großes Anliegen. Tantra bei mir oder bei uns ist immer ein sehr geschützter Rahmen, in dem du dich selbst erfahren kannst. Also wo es neue Erfahrungen gibt zu machen, dich selbst besser kennen zu lernen und vor allem bewusst mit anderen Menschen in Begegnung zu gehen. Also wahre Begegnungen zu schaffen, ehrlichen Austausch. Da ist meine Lieblingsarbeit die Gruppenarbeit, also wirklich mehrtägige Seminare. Einfach aus dem Grund, dass du eben alleine in deinem Kämmerlein, in deinem Alltag oftmals irgendwie so in deiner Box bist, dass du gar nicht so richtig schauen kannst, aha, was ist da um mich herum. Und vor allem auch selbst, wenn du kognitiv verstehst, was du machen solltest, es meistens gar nicht so richtig in die Umsetzung bringst. Und wenn, dann nur in deinem gewohnten Umfeld. Damit sich aber wirklich was nachhaltig verändert und du wirklich dir selbst auf die Spur kommst. Und vor allem mal Erfahrungen machst, die so tief in deinen Körper reinsickern, dass du sagst, ich will was verändern. Dann musst du auch mal woanders hingehen. Und gerade weg vom Alltag, einfach mal ein paar Tage sich nur mit sich zu beschäftigen, in einer Gruppe von Menschen, die alle Bewusstheit mitbringen und Offenheit für das Thema Sexualität, ist es unglaublich bereichernd, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und sich selbst eben nochmal anders kennenzulernen. Und deswegen kann ich euch mehrtägige Seminare von uns total empfehlen. Egal, ob das jetzt in einem reinen Frauenkontext ist, in einem Paarkontext, in einem gemischten Kontext, Frauen, Männer, Singles und Paare. Schau gerne mal auf die Homepage vorbei. Da findest du alle Angebote von mir. Und jetzt starten wir mal rein mit dem Thema. Also Sexualität ist lernbar. Jeder und jede von uns hat selbst schon in den frühen Kindheitsjahren Prägungen mitbekommen. Wie sind meine Eltern mit dem Thema Nacktheit, mit dem Thema Körperlichkeit umgegangen? In welchem Umfeld bin ich aufgewachsen? Wie bin ich allgemein auch so mit meinem Körper zufrieden? Und wie kann ich den eigentlich spüren? Bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, wo es immer super stressig war und ich sehr viel Anspannung mitgebracht habe? Und somit diese Anspannung vielleicht auch mit in die Sexualität genommen habe? Fand ich es als kleines Kind schon ganz toll, die Beine zusammenzudrücken, weil da die Windel war. Und das hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gemacht. Jetzt noch kein erregbares sexuelles Gefühl, aber ein gutes Körpergefühl. Oder als ich auf dem Schaukelpferd geschaukelt bin. Hat sich das im Genitalbereich gut angefühlt, als ich das Treppengeländer runtergerutscht bin. Also ihr seht schon, wo ich hinaus möchte. Alles, was wir erlebt haben mit unserem Körper in Bezug auf das Thema Körperlichkeit und sich selbst zu spüren, hat uns geprägt. Und irgendwann kam dann eben auch mit der Pubertät oder wann auch immer bei dir, dann auch noch das Lust erleben. Also nicht nur das, ich habe ein gutes Gefühl, sondern ich erotisiere etwas dazu. Also wir haben alle einen angeborenen Erregungsreflex, ja. Wir können gute Sachen spüren, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es erotisch finden. Also nehmen wir eben das Beispiel, dass die Klitorusspitze, also quasi die Perle, ist ja sehr, sehr, sehr empfindlich berührt zu werden. Also fast schon, sagen manche Frauen, schmerzhaft. Jetzt ist ja die Frage, was hat die eine Person dazu bewogen, die Klitorus zu stimulieren und das als erotisch zu finden? Und die andere Person empfindet wirklich nur diesen Nerven, diese Nervenzuckung oder diesen Nervenschmerz, weil es halt sehr intensiv ist. Das ist ein Lernprozess, genauso wie es ein Lernprozess ist, ob ich es schön finde, etwas in mir aufzunehmen als Frau oder eben einzudringen, zu penetrieren als Mann und ob ich das erotisch finde. Und da kommen halt einfach so viele Stolpersteine auf diesem Weg, weil vielleicht unsere Eltern gesagt haben, fass dich nicht selber an, das ist eklig. Weil wir in der Gesellschaft so viele Normen haben, so viele Tabus, die sagen, wie Sexualität zu sein hat oder nicht. Das heißt, da sind auch viele Verbote. Es kann auch sein, dass aus einem vorherigen Verbot dann wirklich ein, ich mache das nicht, Verbot wird. Es kann aber auch sein, dass aus einem Verbot ein, dann mache ich das extra, weil es mich reizt wird. Also wir sind so individuell, dass wir natürlich auf das, was wir erleben, auch unterschiedlich dann reagieren und dass wir, ja, einfach jeder so seine eigene Art hat, Sexualität zu entdecken. Das heißt, was du erregend findest, was deine Anziehungscodes sind, was dir Lusterleben bereitet und wie vor allem du auch körperlich dann diese Erregung eventuell steigern kannst oder eben auch nicht. Wie schnell du sie steigern kannst, also was du quasi auch mit deinem Körper gelernt hast zu tun in der Sexualität. Das ist was sehr Unterbewusstes. Das machen wir nicht bewusst. Das ist was, was wir lernen. Und dann ist es so ein unterbewusst gespeichertes Körpermuster oder Bewegungsmuster. Und das ist uns ganz oft nicht bewusst. Und deswegen, wenn dann Menschen zu uns kommen mit zum Beispiel Problemen, dann ist erst mal die Frage, aha, wie bringen wir mehr Bewusstheit hinein, was gerade der Fall ist? Was sind denn deine Muster? Was tust du denn? Und dementsprechend gibt es quasi nicht so eine natürliche Sexualität oder eine Definition, wo wir hinkommen, wieder zurückkommen sollten, wenn wir Probleme hatten. Also nicht sowas wie, ich sag mal ganz simples Beispiel, wenn wir ein Mensch sind, der Kopfweh, oft Kopfweh hat, dann wollen wir zum Zustand zurück, dass wir kein Kopfweh mehr haben. Also gut, das kann man auch übertragen auf, ich habe Orgasmusprobleme, ich möchte wieder zurückkommen zum Punkt, wo ich Orgasmen habe. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, da gibt es ja nicht wie so ein, hier bist du richtig und da bist du nicht richtig, sondern jeder definiert ja seine Art der Sexualität komplett selbst. Und es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, wie unterschiedlich das bei unterschiedlichen Menschen ist. Nichtsdestotrotz gibt es halt verschiedene und immer wieder gleiche Ansätze für Menschen, die helfen. Und dementsprechend möchte ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass du mal dich beobachtest. Also es geht jetzt hier nicht nur um die Prägungen von deinen Eltern und deinem Umfeld. Es geht nicht nur um die Prägungen deiner ersten sexuellen Erfahrungen und wie deine sexuellen Erfahrungen und Beziehungen natürlich die Sexualität geprägt haben, die du heute lebst. Das ist alles wichtig, sich darüber bewusst zu werden, aber es geht auch darum, dass du dich mal selbst beobachtest. Wie viel Spannung bringst du mit in die Sexualität? Was machst du mit deinem Becken? Ist dein Becken bewegt? Ist dein Becken starr? Ist dein Becken angespannt? Was machst du hier oben? Was machst du mit deiner Atmung? Das sind alles so Dinge, die wir uns im Tantra dadurch, dass wir besseres Körperbewusstsein erlernen, bewusst machen, aus dem Unterbewusstsein hochholen und uns bewusst machen, warum tun wir das oder auf jeden Fall, dass wir es tun. Und dann können wir uns auch überlegen, was macht es mit unserem Nervensystem, was macht es mit zum Beispiel Leistungsdruck, wenn wir eh schon so körperlich angespannt sind und dann auch noch irgendwie Gedanken von Druck haben, es müsste doch jetzt klappen. Das verstärkt es natürlich noch, genauso wie zum Beispiel Männer mit frühzeitiger Ejakulation. Da bringt es natürlich nicht, wenn die sich auch noch zusätzlich körperlich ansprannen, wenn sie schon im Kopf total Angst haben. Oder Frauen, die eben nie zum Orgasmus kommen. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, warum das so sein kann. Und dementsprechend ist es so wichtig zu schauen, was hast du gelernt, was hast du für erotisch empfunden, was hast du für absolut Abtörner empfunden und was machst du körperlich? Und ich weiß, es hört sich jetzt sehr komplex an, ist es in dem Sinne auch, weil Sexualität sehr individuell und komplex ist und es dafür ja auch TherapeutInnen, Coaches und so weiter gibt, die sich jahrelang mit dem Thema beschäftigen und somit einen Durchblick haben, wo man alles ansetzen kann. Und dementsprechend, wenn du ein sexuelles Problem hast oder es muss nicht mal ein Problem sein, aber einfach dieses Gefühl von... Das, was ich da gerade lebe, soll das jetzt für immer so bleiben. Gibt es da nicht noch was anderes? Gibt es da nicht noch mehr? Dann geh und such dir Hilfe. Denn du kannst alles umlernen. Also das ist jetzt sozusagen die positive Nachricht hier. Wenn du gerade diesen Status Quo in deiner Sexualität hast und mit irgendwas nicht so zufrieden bist oder dir denkst, dann muss es noch mehr geben. Da gibt es immer die Möglichkeit, was zu erlernen. Was umzulernen, was anders zu lernen, dein erotisches Potenzial zu erweitern. Das heißt, wenn... Also ich mache jetzt mal das Beispiel mit dem Sprachkurs. Wenn jemand kein Portugiesisch kann, dann würdest du ja auch zu ihm nie sagen, ey, du Loser oder so, sondern würdest sagen, geh in den Sprachkurs, wenn du Portugiesisch lernen möchtest. Und so ist es auch mit der Sexualität. Du kannst jederzeit in einen Sprachkurs, also in einen Sexualitätskurs gehen. Du kannst dir neue Sachen aneignen. Und dann braucht es natürlich auch die Übung und die körperliche Umsetzung, das zu integrieren. Und deswegen empfinde ich, dass Tantra und vor allem zum Beispiel Gruppenarbeit so wahnsinnig wertvoll ist. Weil wenn du nur zum Therapeuten gehst oder nur ein Buch liest, da kann schon viel passieren, ja. Aber wenn du quasi es nur in deinem Kopf tust, dann wird es nichts ändern. Also oder nur minimal was ändern. Weil was ist Sexualität? Sexualität ist immer voll einbezogen mit dem ganzen Körper. Das heißt, wenn du den nicht mitnimmst auf deinem Weg, dann wird sich nichts nachhaltig ändern. Und im Tantra, da machen wir so viel Körperarbeit. Wir stehen morgens auf. Es gibt erstmal ein Morgenprogramm. Man schüttelt sich aus. Es gibt wirklich so viele Übungen, die dich eben vom Kopf in den Körper bringen. Die dir überhaupt mal dieses nötige Körperbewusstsein geben. Zu spüren, wie bin ich eigentlich zum Beispiel mit meinem Genital verbunden? Spüre ich mein Genital? Habe ich zum Beispiel als Frau meinen Innenraum überhaupt bewohnt? Kenne ich meinen Innenraum überhaupt? Und wenn ja, finde ich den erotisch. Kann ich mir vorstellen, etwas in mir aufzunehmen. Bin ich eine erotische Frau? Bin ich ein erotischer Mann? Empfinde ich mich als erotisches Geschenk, was ich jemand anderen anbieten möchte? Das sind alles so Dinge, die wir lernen können und die wir erweitern können. Und dementsprechend möchte ich hier einfach nochmal euch mit meiner Begeisterung anstecken, dass Sexualität so ein Riesenzeld ist, was Neues zu entdecken. Und dass es darum geht, nicht in seinem starren ABC-Muster zu bleiben, sondern mal über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was es noch weiter gibt. Also außer du bist natürlich mit ABC total happy. Dann alles super, kannst du bei ABC bleiben. Aber in dem Moment, wo dich ABC deine immer wieder gleichen Sachen einengen und du das Gefühl hast, ich verliere die Lust daran oder spüre mich nicht so richtig. In dem Moment ist es Zeit, loszugehen und dir Räume zu suchen, wo du neue Erfahrungen machen kannst. Also du musst wirklich immer den Körper mitnehmen. Und dementsprechend lade ich dich ein, als Frau zum Beispiel zu meinem Oktoberfrauenretreat zu kommen, wo wir mehrere Tage Zeit haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ich lade dich ein, wenn du ein Mann bist, auch mal zum Beispiel so in die Richtung Männerarbeit zu gehen. Also alles, was sozusagen dir hilft, deinen Körper mehr zu spüren und dich mit dir als erotischen Mann auseinanderzusetzen. Da kann ich euch gerne meinen Partner Christian Schinner ans Herz legen. Und wenn ihr ein Paar seid oder so, dann kommt gerne auch in unsere, also von meinem Partner und mir, in die gemischten Seminare oder in die Paarseminare. Oder lasst euch gerne von uns eins zu eins begleiten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt und da einfach loslegen wollt, dann bucht euch doch einfach gerne ein Kennenlerngespräch. Also ein unverbindliches, kostenloses Kennenlerngespräch, wo man 20 Minuten einfach mal reden kann. Was sind deine Themen? Wie können wir oder ich dir helfen? Und was ist das Richtige auf deinem Weg? Und somit zu sagen, hey, es ist immer möglich, was dazu zu lernen und die Sexualität einfach erfüllter zu gestalten und sich richtig darin, seine eigene Sexualität zu finden. Also nicht irgendeine Sexualität nachzuleben. Also wir setzen uns nie auf den Thron und sagen, so musst du es machen. Mach ABC und dann passt es schon. Nein, du musst deine individuelle Sexualität erkunden, erfahren, schauen, was zu dir passt und was eben genau das ist, was dich erfüllt. Und genau das tun wir in unseren mehrtägigen Seminaren. Dementsprechend du bist eingeladen, mal auf der Homepage zu schnuppern, was es da alles so gibt bei uns. Und natürlich auch eingeladen, diesen YouTube-Kanal oder den Seelenstriptease-Podcast, je nachdem, ob du per Video oder Audio dabei bist, zu abonnieren, nichts mehr zu verpassen, in den letzten 278 Podcast-Episoden zu scrollen und zu hören, was es da noch so alles gibt. Und ich sage danke, dass du dabei warst. Und ich freue mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, was du noch so für Fragen und vielleicht Themenwünsche für neue Videos hast. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen sexy Tag, wo du dich ganz in deinem Körper wohlfühlst und wirklich auch mal so durch die Straßen läufst und dein Genital spürst und merkst so, hm, ich fühle mich sexy. Und wenn das noch nicht ist, ist es auch nicht so schlimm, dann kann ich dir dabei natürlich gerne helfen, wenn du magst. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.